Gula, Völlerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Unmäßigkeit, Selbstsucht Die sieben Todsünden im 21. Jahrhundert, Verlockungen der Moderne Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Gula, eine der sieben Todsünden im 21. Jahrhundert, Verlockungen der Moderne Gula, auch als Völlerei oder Gefräßigkeit bekannt, ist eine der sieben Todsünden, die tief in der christlichen Ethik verwurzelt sind. Diese Sünde bezieht sich auf das übermäßige Konsumieren von Nahrung und Getränken, oft auf Kosten der eigenen Gesundheit und des Wohlbefindens anderer. Im 21. Jahrhundert hat die Völlerei jedoch eine neue Dimension erreicht. In einer Zeit, die von Konsumkultur, Technologie und Überfluss geprägt ist, sind die Versuchungen vielfältiger und verlockender als je zuvor. Historischer Kontext der Völlerei Historisch betrachtet war die Völlerei nicht nur ein Ausdruck der Maßlosigkeit im Essen und Trinken, sondern auch ein Zeichen für Selbstsucht und mangelnde Selbstbeherrschung. In den Lehren des Mittelalters wurde die Völlerei als eine Form der moralischen Schwäche angesehen, die den Menschen von Gott entfernte und seine spirituelle Gesundheit gefährdete. Sie war eng mit anderen Todsünden wie der Trägheit, Acedia und der Wollust, Luxuria, verbunden, da sie eine Neigung zu physischer und spiritueller Lethargie sowie zu hedonistischem Verhalten förderte. Diese Sichtweise verdeutlicht, wie tief verwurzelt die Vorstellung war, dass Völlerei nicht nur den Körper, sondern auch die Seele schädigte. Gula im 21. Jahrhundert – eine neue Dimension der Verlockungen Im 21. Jahrhundert hat die moderne Welt die Verlockungen der Völlerei auf ein beispielloses Niveau gehoben. Diese Entwicklung zeigt sich in mehreren Aspekten. Überfluss und Konsumkultur Die heutige Gesellschaft bietet eine Vielzahl und Menge an Lebensmitteln, die in früheren Epochen undenkbar war. Supermärkte sind überfüllt mit Produkten aus aller Welt und Fastfood-Ketten bieten rund um die Uhr kostengünstige, kalorienreiche Mahlzeiten an. Diese Überfülle führt oft dazu, dass Menschen mehr konsumieren, als sie benötigen, was zu Fettleibigkeit und anderen gesundheitlichen Problemen führt. Die Kultur des Überflusses fördert die Maßlosigkeit und verstärkt die Tendenz zur Völlerei. Werbung und Medien, die Rolle der Werbeindustrie bei der Förderung der Völlerei, ist nicht zu unterschätzen. Geschickte Marketingstrategien und Werbung zielen darauf ab, das Konsumverhalten zu beeinflussen, indem sie emotionale Anreize schaffen, die weit über das natürliche Hungergefühl hinausgehen. Lebensmittelwerbung, die oft auf emotionaler Ebene anspricht, weckt das Verlangen nach bestimmten Produkten und untergräbt das Bewusstsein für gesunde Ernährung. Diese ständige Exposition gegenüber Werbung kann zu einem ungesunden Essverhalten führen und das Verhältnis zum Essen negativ beeinflussen. Technologie und Bequemlichkeit Der technologische Fortschritt hat den Zugang zu Lebensmitteln vereinfacht. Essenslieferdienste und Online-Bestellungen ermöglichen es, Mahlzeiten mit nur wenigen Klicks nach Hause zu bestellen. Diese Bequemlichkeit kann dazu führen, dass du häufiger ungesunde Lebensmittel wählst und größere Portionen konsumierst, als wenn du selbst kochen müsstest. Streamingdienste und soziale Medien bieten zusätzlich Anreize vor dem Bildschirm zu essen, was oft zu unbewusstem Überessen führt. Psychologische Aspekte Im 21. Jahrhundert ist die Völlerei oft eng mit psychologischen Faktoren verbunden. Stress, Depressionen und Angststörungen können Menschen dazu bringen, Trost im Essen zu suchen. Emotionales Essen wird zu einem Bewältigungsmechanismus, der kurzfristig Erleichterung verschafft, aber langfristig zu gesundheitlichen und psychischen Problemen führen kann. Diese Form der Selbstmedikation durch Essen zeigt, wie tief verwurzelt diese Sünde in der heutigen Gesellschaft ist. Soziale und kulturelle Einflüsse, die gesellschaftlichen Normen und kulturellen Einflüsse, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Verbreitung der Völlerei. In vielen Kulturen ist Essen ein zentraler Bestandteil sozialer Interaktionen und Feiern, was oft dazu führt, dass Menschen bei festlichen Anlässen größere Mengen konsumieren. Soziale Medien fördern zusätzlich die Verherrlichung von Foodporn und Mookbanks, bei denen der Konsum großer Mengen an Essen zelebriert wird. Diese kulturellen Praktiken verstärken das ungesunde Essverhalten und tragen zur Normalisierung der Völlerei bei. Gesundheitliche und gesellschaftliche Auswirkungen Die moderne Form der Völlerei hat weitreichende gesundheitliche und gesellschaftliche Auswirkungen. Übergewicht und Adipositas sind weltweit zu ernsthaften Gesundheitsproblemen geworden, die mit zahlreichen chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Herzerkrankungen und bestimmten Krebsarten verbunden sind. Diese gesundheitlichen Probleme belasten nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Gesundheitssysteme und die Gesellschaft als Ganzes. Darüber hinaus führt die Verbreitung der Völlerei zu einer zunehmenden sozialen Ungleichheit. In vielen Teilen der Welt leben Menschen im Überfluss, während andere unter Nahrungsmittelknappheit und Hunger leiden. Diese Diskrepanz wirft ethische Fragen auf und fordert einen bewussteren und nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen. Die maßlose Verschwendung von Lebensmitteln in wohlhabenden Gesellschaften steht im krassen Gegensatz zur Not und Knappheit in ärmeren Regionen, was die moralische Verantwortung des Einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes unterstreicht. Gula im Spiegel der Moderne Gula, die Sünde der Völlerei, hat im 21. Jahrhundert eine neue Dimension erreicht. Die moderne Gesellschaft bietet zahlreiche Verlockungen, die die Maßlosigkeit fördern und die traditionelle Vorstellung von Völlerei erweitern. Überfluss, Konsumkultur, Werbung, Technologie, psychologische Faktoren und soziale Einflüsse tragen alle dazu bei, dass die Völlerei heute ein komplexes und weitverbreitetes Phänomen ist. Die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Todsünde sind erheblich und fordern ein Umdenken in Bezug auf unseren Umgang mit Nahrung und Konsum. Es ist wichtig, ein Bewusstsein für die modernen Verlockungen der Völlerei zu entwickeln und Selbstkontrolle zu üben, um diesen Versuchungen zu widerstehen. In einer Zeit, in der Überfluss und Bequemlichkeit das Leben dominieren, ist es von entscheidender Bedeutung, ein gesundes, ausgewogenes Leben zu führen und den eigenen Konsum kritisch zu hinterfragen. Nur so kannst du den modernen Ausdruck von Gula überwinden und ein Leben führen, das sowohl deinem eigenen Wohl als auch dem Wohl der Gesellschaft dient. Mehr im Buch Die sieben Todsünden im 21. Jahrhundert Verlockungen der Moderne Eine kritische Betrachtung der sieben Todsünden im 21. Jahrhundert Buch von Markus Flicker auf Amazon und auf www.markusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode, mach's gut und bleib inspiriert.